Hallo zusammen, herzlich willkommen zu den Update-News vom 2.5.2018. Zuallererst einmal, wenn ihr noch Starcoins kaufen wollt, dann sputet euch, denn das Doppel-Starcoins-Wochenende endet heute um 14 Uhr. Ja, aber was ist denn Inhalt des heutigen Updates? Heute sind neue Haustiere reingekommen und eine neue Quest und andere Krams. Und zwar könnt ihr ab heute in der Tierhandlung von Frau Pinta drei kleine Yorkshire Terrier kaufen. Es gibt einen graubraunen, der so ein bisschen an eine Wolfsfarbe erinnert, einen helleren und einen richtig schönen braunen, die auch neben euch herlaufen können, wenn ihr sie nicht in der Satteltasche sitzen lassen wollt. Kleiner Haken an der Sache, sie sind dadurch natürlich wieder relativ teuer und kosten jeweils 399 Starcoins. Die Yorkshire Terrier sind aber nicht einfach nur zufällig reingekommen, denn das Ganze hängt mit unserer heißgeliebten Jojo Siva zusammen. Die hat nämlich ihren Hund Bobo dabei, welch wundert, dass er so heißt. Und sie hat Bobos Halsband irgendwo in Jorvik verloren und wir müssen das jetzt finden. Diese Quest können wir vor der Disco in Frau Pinta starten, indem wir mit einem ihrer Siva Nators reden. Rest in Peace. Entspannt, da stehen der Lusitano. Ich fand es ja gar nicht schlimm, dass er die Animation des Grasens nicht hat, denn so hat er wenigstens mal den Kopf still gehalten. Ich hoffe, dass er es wenigstens nur dann macht, wenn man abgestiegen ist. So steht es jedenfalls in den News. Der Lusitano wird ab sofort grasen, wenn ihr nicht mehr drauf sitzt. Und last but not least ist der Pferdemarkt diese Woche wieder da. Der liegt im Westkap Fischerdorf in Golden Hills vor Anker. Dort könnt ihr alle Pferde kaufen, die es früher mal gegeben hat in den Verkaufsstellen, die nun aber nicht mehr dort stehen. Unter anderem auch dieses wunderschöne Celle Francais, auf dem ich gerade drauf sitze. Da bin ich nämlich gestern sehr, sehr oft nachgefragt worden, wo es das gibt. Und das gibt es jetzt nur noch am Pferdemarkt. Gut ihr Lieben, das war es von den News. Fabi streamt nachher. Bei mir geht es mit der Quest morgen los. Ich wünsche euch schon mal viel Spaß und man sieht sich.